so und willkommen hier wieder bei fifa 18 in der karriere wir haben unseren nächsten gegner nämlich kiel jetzt bis in hohen norden von netik und so und so ach die müssen im blau weiß spielen so starten wir mal den ganzen schüttel de missl und es beginn nämlich jetzt so spielen starten und ich gebe ab an wolf fuß und frank buschmann und schüttel das nicht die x weiter geht es gibt mir die ball schauen wir wie man kiel abziehen tor 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 ja guckt euch das mal an ich nehme doch fahrt auf kiel ist ja kein gegner haben wir steckt hat noch viel in die knochen es ist nämlich gestern abend oder abends war ja die gta aufnahme session dass ich jetzt ja auch die ganze woche jetzt über dann und da ziemlich haarige scheiße dabei und die steckt man immer noch in die knochen es war kein schlechter schuss aber so du lass mich dadurch danke und schuss next nix auf unser cookie machen wir mal weiter so so gibt mir die kohle So Hey Ich gebe mir die Kugel. Ist wohl kein gescheiter Boss. Ein schönen Lauf. Ne, ich bin heute auch nicht so alt. Ich bin hellwach. Und das ist um halb neun in der Früh. So. Auf geht's. Also so nett. So definitiv nicht. Das ist ein Ding, 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 Dong. So. Zurückschalten, wieso? Wieso sollte ich zurückschalten? Und die Auszeichnungen fließen schon wieder. Ne, ne, ne. Ich muss so ein echtes Mal. 5-0. So, irgendwann hören die ja zum Zellen auf, ne. Kiel ist einfach kein Gegner für uns. So, müssen wir, glaube ich, den Schwierigkeitsgrad jetzt auch anziehen wieder. Weil, ne. Es kann nicht sein, dass wir, ähm. 5-0 schon wieder gewinnen. Ich würde es schwieriger ein bisschen haben. Ne, ne. Verkehr. Verkehr. Verkehr ist immer gut. Aus, oder? Nein. Bisschen in Upside. So. Oh, das war mal dabei. Halbzeit. So. Komm, eins geht noch. Die nächste Runde geht noch. Beide haben sie gewechselt und jetzt neuer Kraft. Es passiert auch nichts mehr, weil Kiel ist kein Problem. Chaka-Boom, Boom, Chaka. Tor. 6-0. ich bin auch cool oh lauf lauf gucki next Aber nicht heute. Das ist eine absolute klare Angelegenheit. Ach. So. Loll. Weiter geht es mit einem Einwurf. Einwurf. Wer geht? Cookie. Tschüss Cookie. Und damit endet auch die Folge von heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt. Let's play FIFA. Und jetzt schauen wir noch das Ergebnis uns noch davor an. Und falls euch dann die Folge hier gefallen hat. Lasst ein Like da. Okay. Die haben noch zwei Tore einzogen. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und. Tschüss.